Merkel ermutigt die Kirchen, einladender zu werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht eine künftige Aufgabe der Kirchen in Deutschland darin, einladender zu werden. In Anbetracht einer fortschreitenden Säkularisierung würden christliche Inhalte immer weniger verstanden. Für die Kirchen sei es daher von großer Bedeutung, Menschen auch mit niederschwelligen Angeboten zum Glauben zu befähigen. Und ich glaube, wir müssen wieder auf einem viel niedrigeren Niveau einladend sein, also die Kirchen müssen wieder auf einem viel niedrigeren Niveau einladend sein. Menschen mit Fragen zulassen, wenn jemand mit 18 getauft werden will, auch das ermöglichen. Und nicht verlachen, dass das Allerwichtigste, Türen offen halten und nicht beliebig werden, aber die Befähigung zum Glauben ermöglichen, der ja auch nicht ohne das Kennen des christlichen Glaubens ist. Das ist mein, da müssen wir über Kirche neu nachdenken. Das finde ich. Im Hinblick auf die aktuelle Missbrauchsdebatte betonte die Kanzlerin die Notwendigkeit einer der Wahrheit und Klarheit verpflichteten Auseinandersetzungen. Man müsse offen darüber sprechen, was passiert ist. Es komme dabei vor allem darauf an, den Opfern das Gefühl zu geben, dass sie sich an die Gesellschaft wenden könnten. Merkel äußerte sich entsprechend bei einer Podiumsdiskussion in der Katholischen Akademie, die Wolfsburg in Mülheim. Die Kanzlerin war zu Gast auf der Festveranstaltung zum 50-jährigen Bestehen der Akademie des Bistums Essen. In ihrer Festrede warnte sie vor dem Auseinanderdriften der Gesellschaft. Einen sozialen Fortschritt könne es nur geben, wenn alle Menschen mit gleichen Chancen an ihm teilnehmen könnten. Darüber hinaus betonte Merkel die prägende Kraft des christlichen Glaubens für die Gesellschaft. Ich glaube, es ist gut und richtig, nicht nur hier in dieser Akademie zu sagen, dass unser Weg geprägt ist durch das christliche Bild vom Menschen und dass wir durchaus auch immer wieder mutig sagen dürfen, woraus wir unsere Überzeugungen schöpfen, weil, wenn ich durch die Welt fahre, andere dies auch jeweils tun. Und es gibt wunderbare Schriften des heutigen Papstes, des damaligen Kardinals Ratzinger, über den Einfluss der Säkularisierung über Jahrhunderte jetzt ja schon auf die gesellschaftlichen Prägungen. Und ich glaube, wir tun gut daran, bei aller Trennung von Kirche und Staat und den unterschiedlichen Aufgaben um uns immer wieder zu besinnen, wo die Wurzeln dafür liegen, dass wir etwas schaffen, dessen Voraussetzungen wir nicht selber schaffen können, sondern die gegeben sind, aber die lebendig erhalten werden müssen. Die Akademie des Bistums Essen wurde vor 50 Jahren gegründet. Sie ist seit ihren Anfangsjahren ein Forum zur Auseinandersetzung über Fragen des persönlichen, gesellschaftlichen, kirchlichen und politischen Lebens.